Jetzt knöpft er sich die gesamte Medienlandschaft vor. In seiner neuesten Ausgabe der Bildschirmkontrolle ätzt Oliver Pocher, 45, heftig gegen Ex-Let's Dance Champion Jill O'Farim, 41. Als hätte die vermeintliche Ex-Liaison von Ekaterina Leonova, 36, rund um seine frei erfundene Antisemitismus-Affäre nicht schon genug Ärger am Hals, muss sich der Let's Dance Publikumsliebling jetzt auch noch mit ihm herumschlagen. Oliver Pocher. Und der haut in seiner neuen Bildschirmkontrolle ordentlich drauf auf den 41-Jährigen. Jill O'Farim labert scheiße. Damit hast du der jüdischen Community einen Bärendienst erwiesen, latzte der fünffache Papa O'Farim vor die Füße. In gewohnt sarkastischer Manier zog der Ex-Sidekick von Harald Schmidt, 67, am Dienstagnachmittag über sein neuestes Opfer her. Anlass dafür waren zahlreiche TV-Auftritte des vermeintlichen Opfers von Antisemitismus. Du hast da ja eine PR-Schiene gefahren Sondergleichen, unterstellte ihm der Podcaster. Und was sagt Jill selbst zu den Vorwürfen des Comedians? Bislang noch nichts. Einzig und allein vor dem Leipziger Landgericht ergriff der Musiker das Wort, räumte die Fake-Vorwürfe ein und entschuldigte sich beim Hotelmitarbeiter. Zum Abschluss seiner Bildschirmkontrolle schoss sich Oli dann wieder wie selbstverständlich auf die mutmaßliche Affäre seiner Ex-Armierer ein. Bion Auch diesmal ließ er kein gutes Haar am Lebenscoach und machte sich zum wiederholten Male über den Ex-Kandidaten von Wer wird Millionär? Lustig So richtig kitzeln kann Oli seinen Medienfeind Nummer 1 derzeit aber nicht. So richtig kitzeln mit der February 13. So richtig kitzeln. Vielen Dank.